Es hatte Tessia überrascht und beeindruckt zu hören, dass Everon und Avaria zwei Wagen besaßen, einen für alltägliche Zwecke und einen eigens für Besuche im Königspalast. Da der Weg zum Palast nicht weit war, schien es ihr verschwenderisch, eigens dafür einen Wagen zu halten. Aber sie musste zugeben, dass der Palastwagen aufsehenerregend war, und wenn man ihn für gewöhnliche Fahrten benutzt hätte, bei denen man mit den anderen Wagen zusammenstieß, würden ständige Reparaturen notwendig werden. Das auf Hochglanz polierte Holz mit goldenen Beschlägen und eine Plane aus feinem Leder, in die das Familienwappen eingeprägt war, eine wiederbelebte, heraldische Mode aus Zeiten vor der sacherkanischen Invasion, verkündeten allen Betrachtern, dass die Besitzer reich und mächtig waren. Die vier uniformierten Wachen mit ihren Peitschen machten ebenfalls klar, dass ein solcher Wagen nicht aufgehalten werden sollte. Im Wageninneren hielt ein winziges Kugellicht die Kühle der Nachtluft fern und bot außerdem Beleuchtung. Everan und Avaria saßen Darkon, Jajan und Tessia gegenüber. Sie alle trugen prächtige Kleider nach der neuesten Mode. Everan, ein langes Übergewand im selben Stil, wie ihn Jajan und Darkon getragen hatten, als Tessia mit ihrer Familie zum Abendessen ins Herrenhaus gekommen war, angefertigt aus dem Tuch, das Avaria in der Straße der Eitelkeit gekauft hatte. Avaria selbst trug ein purpurnes, in der Taille gerafftes Kleid mit einem schmalen, tiefen Ausschnitt unter dem geknöpften Kragen, der skandalös freizügig gewesen wäre, wenn daraus nicht statt nackten Fleisches sorgfältig drapiertes rotes Tuch hervorgeluckt hätte. Der Rock war außerdem an den Seiten geschlitzt und enthüllte noch mehr von dem roten Tuch des Unterrocks. Tessia trug ein gleichermaßen eng anliegendes Kleid aus dem grünen Stoff, den ihre Gastgeberin für sie einige Tage zuvor gekauft hatte. Zu ihrer Erleichterung war es vorne ganz schlicht, und obwohl der Rock und die Ärmel durchaus Schlitze aufwiesen, war das Tuch darunter von einem züchtigen Schwarz. Dakan und Jayan trugen Übergewänder wie Everan, aber in Schwarz und Dunkelblau. Daheim im Dorf war ihr diese Mode extravagant und ein wenig töricht erschienen, aber jetzt wirkte sie würdevoll und angemessen. Sie stand beiden Männern gut zu Gesicht, befand sie. Dann fragte sie sich, ob das bedeutete, dass sie für das Leben in der Stadt besser geeignet waren, als für das Leben in Mandrin. Das mag vielleicht für Jayan gelten, dachte sie, aber nicht für Dagon. Ihr Meister wirkte nicht besonders entspannt. Die schwarze Kleidung und die Falte zwischen seinen Brauen vermittelten den Eindruck geistesabwesender Verstimmtheit. In Straßenkleidern wirkte Jayan selbstbewusster, und sie konnte sogar erkennen, warum Avarian und ihre Freunde ihn für gut aussehend hielten. Als er ihren Blick spürte, wandte er sich zu ihr um. Nur weil ich zugeben kann, dass er gut aussieht, bedeutet das nicht, dass er nicht auch aufreizend und arrogant ist, rief sie sich ins Gedächtnis, hielt seinen Blick kühl stand und schaute dann wieder weg. Der Wagen verlangsamte das Tempo und blieb stehen. Einer der Wachmänner öffnete den Wagenschlag. »Lord Everon und Lady Avaria aus dem Geschlecht Korin«, rief er. Avarian erhob sich von seinem Platz und stieg aus dem Wagen. Avaria folgte ihm, wobei sie den Rock ihres Kleides sorgfältig raffte, damit er sich nicht an irgendetwas verfing, ihre Knöchel aber verborgen blieben. Als sein Name genannt wurde, stand Darkon auf, gefolgt von Jayan. Tessia stieg als Letzter aus. Da sie nicht an das Kleid gewöhnt war, ergriff sie dankbar Darkons dargebotene Hand und brachte es fertig, auszusteigen, ohne allzu viel von ihren Knöcheln zu entblößen. Zumindest hoffte sie es. Anscheinend war es unsüchtig, die nackte Haut von Füßen oder Beinen zu zeigen. Als sie zur Avaria aufblickte, sah sie voller Erleichterung, dass die Frau beifällig nickte. Dann drehte Tessia sich um, um den Königspalast zu betrachten. Und ihr blieb beinahe die Luft weg. Sie hatte schon früher hier und da im Dick auf den Palast erhascht, aber aus solcher Nähe hatte sie ihn noch nie gesehen. Vor ihnen hing an gewaltigen Ketten ein riesiges Tor, über den Männern und Frauen, die in den Palast schlenderten. Zu beiden Seiten des Tores erhoben sich zwei hohe Türme. In den schmalen Fenstern und zwischen den Zinnen auf ihrem Dach brannten Lampen, ebenso wie entlang der Mauern, die sich zu beiden Seiten erstreckten. Evaran und Avaria schritten als erst unter dem hängenden Tor hindurch und über eine Brücke, die einen wassergefüllten Graben zwischen der äußeren und einer inneren Mauer überspannte. Auf dem Wasser spiegelten sich die vielen Lichter wieder. Durch die innere Mauer führte ein weiterer Durchgang, dessen schwere Eisentore König Eriks Familienname und Wappen zielten. Sie standen zu ihrem Empfang weit offen. Durch diese Eisentore gelangten sie in die Empfangshalle des Palastes, die der in Darkons Herrenhaus entsprach, aber größer und prächtiger war. Dina empfing die Besucher und geleiteten sie durch einen überwölkten Durchgang zwischen den Treppen zu beiden Seiten hindurch. Tessia bemerkte, dass diese Treppe von freistehenden Stellschirmen versperrt wurden, neben denen je zwei Wochen standen. Vor dem Torbogen nannte Evaran dem Dina, der sie begrüßte und anschließend hindurchwegte, ihrer aller Namen. Als sie in den Saal dahinter trat, setzte Tessias Herz einen Schlag aus. Noch nie hatte sie einen so großen Raum gesehen. Darin hätte das gesamte Herrenhaus Platz gefunden, vermutete sie. Vielleicht zwei Herrenhäuser? Schlanke Steilsäulen in zwei Reihen stützten die aus vielen Gewäben bestehende Decke. Anstelle von Lampen erhielten schwebende magische Lichtkugeln den Saal. Die Wände waren bedeckt mit gewaltigen Gemälden und Wandbehängen, aber es waren die Menschen, die als nächstes Tessias Aufmerksamkeit erregten. Hunderte von Menschen, Frauen und Kindern schlenderten umher, paarweise in kleinen oder größeren Gruppen. Alle trugen modische, teure und in manchen Fällen extravagante Kleidung. Juwelen glitzerten unter den Kugellichtern. Sie folgten den anderen in den Saal. Es ist wie eine Landschaft aus Menschen, dachte sie. Wie man sich bewegt, ändert sich die Perspektive und bietet ständig einen anderen Blick auf etwas, das man zuvor noch nicht gesehen hat. Noch während ihr dieser Gedanke durch den Kopf ging, endete das Bild sich abermals und ein gut gekleideter Mann in Jaians Alter erschien, umringt von einem Halbkreis anderer Männer. Ihre Begleiter blieben stehen und sie stellte fest, dass sie alle diese Gruppe anschauten. Das ist König Erik aus dem Geschlecht Kyran, murmelte Jaians ihr ins Ohr. Sie nickte. Im nächsten Moment schaute der junge Mann in ihre Richtung, ließ den Blick flüchtig über ihre Gesichter gleiten und richtete seine Aufmerksamkeit dann wieder auf die Männer vor ihm. Nun, er hat uns gesehen, bemerkte er voran, bevor er sich an Darkon wandte. Wenn er mit uns reden will, wird er uns rufen lassen. In der Zwischenzeit sollten wir beide mit Lord Olleran sprechen. Darkon nickte. Als er und Everon davongingen und Jaian ihnen folgte, hackte Avaria sich bei Tessia unter. Sollen sie doch allein über Politik und Handel reden, flüsterte sie. Ich habe gerade Kendaria entdeckt. Kommt mit, hier entlang. Tessia schluckte ihren Ärger und ihre Enttäuschung hinunter. Sie würde abermals von Darkons Angelegenheiten, worin immer diese bestehen mochten, ausgeschlossen bleiben. Gewiss handelte es sich um etwas, das für einen Magier wichtig und das sie daher wissen sollte, wie langweilig es auch sein mochte. Außerdem würde Tessia Dinge, die Avaria langweilig vielleicht interessant finden. Oder umgekehrt. Kendaria beobachtete einen Akrobaten, der anmutige, beeindruckende Verrenkungen vollführte. Der junge Mann trug lose Hosen, die an der Taille und an den Knöcheln gerafft waren, aber seine Brust war nackt und muskulös. Seine Darbietung erregte eine Menge weiblicher Aufmerksamkeit, wie Tessia bemerkte. Kendaria zwinkerte ihr zu. Ich hätte nichts dagegen, diesen Körper zu sezieren, murmelte sie. Ich frage mich, ob seine Gelenke anders wären als die einer gewöhnlichen Leiche. Sie sind so biegsam. Kendaria, schallte Avaria, sei nicht so makaber. Aber Tessia konnte nicht umhin, den Akrobaten mit anderen Augen zu sehen. Sie beobachtete, wie die Rippen sich gegen die Haut des Mannes drückten. Und sie fühlte sich daran erinnert, wie das Innere einer Brusthülle aussah, wo das Herz lag und wo die schwammartige Massen der Lunge. Sie hatte so viel gelernt und hoffte, dass Kendaria sie zu weiteren Obduktionen mitnehmen würde, bevor Darkon Imadin verließ. Aber Avaria war fest entschlossen, weitere makabere Gespräche zu unterbinden. Und schon bald gesellten sich Daria und Zakir zu ihnen und der übliche Klatsch folgte. Die Zeit verging langsam. Während Tessia höflich zuhörte, bemerkte sie, dass der gewaltige Saal sich weiter mit Menschen füllte. Der Lärm der Stimmen nahm entsprechend zu, da die Menschen lauter sprechen mussten, um sich über dem Getöse Gehör zu verschaffen. Der Akrobat verschwand und in der Nähe begann eine Frau zu singen, begleitet von einem Mann, der die Seiten eines seltsamen, kastenförmigen Instruments zupfte, das auf einem seiner Knie lag. Avarias Freundin begann mit einer genauen Erörterung der Kleidung, des Schmucks und der romantischen Verwicklung anderer Frauen. Tessia lauschte einen Gespräch einiger Männer in der Nähe. Heile haben ihm gesagt, er solle aufhören, aber er trinkt weiter und das wird nur dazu führen, dass er Sarin sagt, wir sollten unsere Preise erhöhen, aber ich fürchte, dass wir Mann drin, denke ich, aber Der Name ihres Dorfes erweckte ihre Aufmerksamkeit, aber die folgende Bemerkung ging ihm gelächter ihre Gefährt hinunter. Sie rückte ein wenig weiter nach rechts, näher an den Sprecher und seine Zuhörer heran. Tut mir leid um, Lena an der Grenze, würde selbst nicht dort leben wollen. Die Antwort war unhörbar. Oh, natürlich, irgendjemand muss es tun, andernfalls würden diese blutdüstigen Sachakanaus noch näher kommen, nicht wahr? Trotzdem, vielleicht werden sie das bald tun, wenn sich das, was wir gehört haben, als richtig erweist. Die Stimme wurde leiser, sodass sie ihn nicht länger verstehen konnte. Dann bemerkte Tessia, dass Bewegung in die Menge um sie herumgekommen war. Köpfe hatten sich in eine bestimmte Richtung gedreht. Auf der Suche nach dem Ursprung des Geschehens spähte sie über Varias Schulter hinweg. Der König kam auf sie zu. Er blieb stehen, um mit jemandem zu sprechen. Dann lächelte er und ging weiter, den Blick auf Avaria und die anderen Frauen geheftet. Tessia beugte sich zu ihrer Gastgeberin vor. Lege auf Avaria, murmelte sie. Schaut einmal nach links. Die Frau blickte müßig in diese Richtung. Dann drehte sie sich wieder zu Tessia um. Der König? Ja, er kommt in unsere Richtung. Das musste er irgendwann tun, meinte Avaria Axel zu und, wo wir doch so eine attraktive, junge Meisterschädlerin bei uns haben, die darauf wartet, ihn kennenzulernen. Tessias Herz machte einen Satz. Ich bin nicht, begann sie, wach dann jedoch wieder ab. Der König war jetzt so nahe, dass er sie hören konnte. Er würde nicht meinetwegen herkommen, sagte sie sich. Avaria macht sich lustig über mich. Er trat in den Kreis der Frauen. Für jede von ihnen hatte er eine Frage und häufig erkundete er sich nach der Gesundheit oder den Handelsgeschäften eines Verwandten. Als er Tessia erreichte, wurde sein Lächeln breiter. Und ihr müsst Meisterschülerin Tessia sein, Lord Darkons neuer Schützling. Ja, Eure Majestät, antwortete sie, wobei sie sich des Umstands bewusst war, dass die anderen Frauen sich abgewandt hatten und zu zweit oder zu dritt davongingen. Selbst Avaria. Hatte der König irgendein Zeichen gegeben, dass er unter vier Augen mit dir sprechen wollte? Er beobachtete sie mit wachem Blick. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches oder tue irgendetwas, das gegen das Protokoll verstößt. Ihr seid ein Naturtalent, ist das richtig? Sie nickte. Ja. Es muss ein wenig beängstigend sein und euch vielleicht unglücklich erscheinen, eure Gabe zu einer solchen Zeit und an einem solchen Ort zu entdecken. Tessia runzelte die Stirn. Nahm er Bezug auf ihren Wunsch, Heilerin zu werden? Gewiss hatte er nichts von dem Zwischenfall mit Takado gehört. Nein, das hätte Darkon ihm nicht erzählt. Nein, sagte sie langsam. Nun, es war durchaus erschreckend, als es geschehen ist. Ich wusste nicht, was ich getan hatte, aber später war es... Aufregend, das muss ich zugeben. Er hielt inne und eine Falte erschien zwischen seinen Brauen, die wieder verschwand, als er abermals lächelte. Ihr sprecht von dem ersten Mal, da ihr eure Macht benutzt habt, nicht davon, dass ihr so nah bei der Grenze lebt. Ja, aber ich nehme an, es war immer ein wenig beunruhigend in der Nähe der Grenze zu leben, es sei denn, er hat setzt einen Schlag aus, gibt es einen besonderen Grund, warum ihr gerade jetzt besorgt seid, eure Majestät? Er blinzelte, dann trat ein Ausdruck des Begreifens in seine Züge. Ah, ich muss mich entschuldigen. Ich hatte nicht vor, etwas derartiges anzudeuten. Für jene von uns, die in der Stadt wohnen, wird die Vorstellung, an der Grenze zu Sachaka zu leben, immer beängstigend, aber ihr müsst daran gewöhnt sein. Sein Tonfall war besänftigend und sie wusste plötzlich mit absoluter Sicherheit, dass er etwas verbarg. Ist es wahrscheinlich, dass Sachaka uns angreifen wird? fragte sie unumwunden und bedauerte sofort, da er bestürzt wirkte. Sie begann, sich zu entschuldigen. Nicht, fiel er ihr ins Wort, ich bin derjenige, der sich bei euch entschuldigen sollte. Ich hätte besser Acht geben sollen, euch nicht zu beunruhigen. Er trat neben sie, griff nach ihrem Arm und führte sie langsam durch den Raum. Es hat Gerüchte gegeben, erklärte er leise, eine mögliche Bedrohung betreffend. Zweifellos werdet ihr davon hören, ob ich es euch erzähle oder nicht. Es ist kaum ein Geheimnis hier, aber habt keine Furcht. Auf der anderen Seite der Grenze stehen keine großen Armeen bereit. Die Befürchtung ist die, dass einige missgestimmte sachakanische Magier beschließen könnten, dem Kaiser Ärger zu machen. Oh, sagte sie und blickt ihn an. Selbst einige wenige sachakanische Magier konnten in einem Dorf wie Mandrin großen Schaden anrichten. Vor allem jetzt, der Darko nicht da war. Ist mein Dorf sicher? Meine Familie? Er sah ihnen die Augen und sein eigener Gesichtsausdruck war wachsam und suchend. Dann wurde seine Mine weicher und er lächelte. Es droht keine Gefahr. Das versichere ich euch. Sie holte tief Luft und stieß den Atem langsam wieder aus, während sie ihrem Herzen den Befehl gab, nicht länger zu rasen. Das ist eine Erleichterung, euer Majestät, sagte sie. Er lachte leise. Ja, das ist es. Es tut mir leid, dass ich euch mit all diesem Tratsch erschreckt habe. Ich fürchte jene von uns, die zu viel Zeit in der Stadt verbringen, neigen dazu, zu viel zu tratschen, ohne an die Konsequenzen zu denken. Und ich selbst erliege diese Angewohnheit von Zeit zu Zeit. Sie lächelte über das Eingeständnis. Lady Avaria hat mich gewarnt, dass ich den ständigen Klatsch nicht zu ernst nehmen soll. Aber Klatsch und Gerüchte sind verschiedene Dinge. Er lachte und drehte sich zu ihr um. Das sind sie in der Tat. Und nun möchte ich euch bitten, Lord Darkorn etwas von mir auszurichten. Seine Miene wurde ernst. Sagt ihm, er solle sich morgen eine Stunde nach Mittag zu einem Treffen auf dem Übungsplatz einfinden. Sie nickte. Übungsplatz. Eine Stunde nach Mittag, wiederholte sie. Er verneigte sich und sie reagierte verspätet mit dem weiblichen Knicks, den Avaria sie gelehrt hatte. Eine Hand bescheiden auf die Brust gedrückt. Es war mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen, Meisterschülerin Tessia. Ich hoffe, es wird nicht lange dauern, bis ihr Imerdin wieder einmal besucht. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, euch kennengelernt zu haben, euer Majestät, erwiderte sie. Er lächelte. Dann wandte er sich ab. Während er durch den Raum ging, kam ein uniformierter Mann auf ihn zu. Wie ist es gelaufen? Erklang eine vertraute, atemlose Stimme neben ihr. Tessia drehte sich zu Avaria um. Gut, denke ich. Vielleicht. Ich habe eine Nachricht für Lord Darkon. Die Frau nickte und lächelte. Dann sollten wir sie ihm besser überbringen. Diskret, wenn es sich einrichten lässt. Dann tun wir sie, einenヒット. Und dann geht es,